Hier sind Pierre Ferdinand et Les Chameurs aus dem Saarland. Das ist richtig. Und der Titel, ganz Paris, ist eine Disco, richtig? Genau, das ist unser Titel, mit dem wir für das Saarland antreten. Ein Disco-Chanson, wie man das so bezeichnen kann. Wir freuen uns. Ich habe jetzt auch schon, weil wir gleich Probe haben, mein Disco-Outfit angezogen. Passt zum Chanson. Sensationell. Wo bringt man das denn her? Keine Ahnung, ist geschneidert worden. Irgendwo in Cologne. In Köln? Okay, okay. Nicht im Saarland. Oder hier im Land der Mode. Ich meine, Saarland ist ja deswegen... Kostüm, Kunst, Cologne. Wow, Hammer. Hammer, Hammer. Gut, Saarland, warum seid ihr so viele? Ich meine, das kleinste Bundesland ist mit den meisten Leuten auf der Bühne. Das liegt sicherlich an unserer Musik. Wir machen ein bisschen Big-Band-Sound auch. Wir haben eine Blazer-Sektion dabei. Das sind schon mal drei Leute und dann eine klassische Line-Up von einer Band. Und normalerweise machen wir ein bisschen so Rockmusik, Popmusik und mit Bläser garniert. Und jetzt zu Disco, ein bisschen funky, passt das auch. Da braucht man acht Leute. Das muss sein. Okay, und der französische Akzent, jetzt mal Hand aufs Herz, ist der echt oder ist der trainiert? Ne, ich sag mal so. Mit der Zeit, ich hab früher sehr schlecht Deutsch gesprochen, mit der Zeit ruft man sich da ein bisschen mit dem Akzent ein. Ich bin, sag ich mal so, so deutsch wie ich sein darf und so französisch wie ich sein muss, um einem, irgendwie Pierre für die Neue Les Charmeurs, den savoir-vivreösen Glanz zu verleihen, den er benötigt. Aber auch wenn wir ihn und wieder ein bisschen an der Akzent-Schraube drehen, da ist schon einiges an Franzose in uns. Okay. Wann hast du das denn gemerkt, dass das, ich sag mal, eine deiner Stärken ist? Was? Der französische Akzent. Ich sag mal so, der ist mir in die Wiege gelegt worden. Aber gemerkt habe ich das erste Mal, als ich 13 war, denn da bekam ich mein erstes Kompliment. Und zwar sagte die Mademoiselle, du kennst ja kein Pardon, Monsieur. Und dein Akzent hat sicherlich irgendwie auch ein bisschen da mitgespielt. Okay, gut. Glaubt ihr damit denn gut anzukommen beim Bufi Soko? Wie stehen eure Chancen? Ist natürlich immer die ganz große Frage. Ja, also wir sind Newcomer, vor allem in Alemannie sind wir Newcomer. Zum Beispiel schon sehr populär. Ein bisschen. Und die Konkurrenz ist sehr, sehr art. Wir versuchen vor allem eine gute Show zu machen. Ich weiß nicht, wie viele Fans wir mobilisieren werden, aber ich glaube unser Auftritt wird auch sehr sexy. Und von daher, vielleicht machen wir den Leuten ja ein bisschen Freude. Über die Platzierung kann ich nicht sagen. Ist das richtig, wenn ich das als sehr 80er mäßig beschreibe, oder? Ja, ist schon. Oder fast schon 70er? Genau. Wir haben auch alle unsere Wurzeln in dieser Zeit, 70er, 80er. Und das ist vielleicht ein kleiner Kontrast, ein musikalisch exotisch im Gegensatz zu vielen anderen Chansons, die dann ein bisschen mehr Singer-Songwriter sind. Da stechen wir ein bisschen heraus. Und vielleicht ist das ja ein Vorteil für uns. Wir werden sehen. Wobei, wenn du sagst, ihr seid da verwurzelt, ich würde mal behaupten, ihr habt diese Musik alle nicht mehr bewusst erlebt. Naja, wir haben sie nicht immer live erlebt, aber im Nachhinein. Also wir fühlen uns, glaube ich, in den 70er, 80er musikalisch auch sehr wohl. Auch wenn wir nicht jetzt eine klassische Retro-Band sind, sondern auch moderne Sachen machen. Aber gerade speziell dieser Titel, der ist so ein bisschen den Eltern unserer Kinder gewidmet. Okay. Oder natürlich, ich bin ein großer Fan von Prinz und da freut man sich, wenn man auch ein bisschen funky Musik machen kann. Okay, super. Also, wer diese Art von Musik mag und vor allen Dingen, wer das Saarland unterstützen will und wer Pierre Ferdinand et les Chameurs sensationell findet, der gibt erstmal diesem Video Thumbs up. Favorisiert es und 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 posten, posten, posten und natürlich bei ProSieben zuschauen und anrufen für die Jungs hier. Auf jeden Fall. Wir sind sehr auf Unterstützung angewiesen. Heutzutage hat man immer Facebook, hat man immer Profil, wie man sehen kann, andere Bands haben über 100.000 Follower schon. Da sind wir noch nicht, aber wir hoffen ein bisschen auch auf die Zweitstimmen, dass jeder neben seinem eigentlichen Favoriten noch einen Erz für Pierre et les Chameurs hat und vielleicht für uns votet. Und dann wollen wir mal weiter singen. Also mindestens die Zweitstimme für Jean-Pierre et les Chameurs. Für Pierre Ferdinand et les Chameurs. Es passiert. Jean-Pierre Ferdinand. Wir müssen dich jetzt Jean-Pierre Ferdinand nennen. Eigentlich heiße ich Pierre Auguste Ferdinand, aber das Auguste habe ich weggelassen, weil das war mir immer schon ein bisschen peinlich. Ich wusste, da fehlt was. Ja, ne. Okay. Ciao. G racks column. Alles oben. Auf Wiedersehen. Wenn man lacks, dann geht es noch ein bisschen, Mal zeigen wir uns independence anien wenn man auf dieupidienstechnik, wer war nicht gewöhnt. Wenn du, dann nie bei die handen fútmi, kann wieder Studiermins ausschwerden konsumentation buttont. Manowலilly normal. Man versuch die sind. und hollivien rien. ��hearted Line. Vielen Dank.